Guten Tag meine lieben Leute, hier ist der Kusor wieder mit Clash of Clans. Mittlerweile muss man ja immer sagen, was man hier am Spielen ist, weil sonst ist das immer so eine Sache. So, ach wir sind natürlich wieder im One Million Loot Clan, aber wollen natürlich selber noch ein bisschen was an Asche machen. Das heißt also, naja, beziehungsweise was heißt Asche eigentlich eher mehr Elixier, weil ich gerne noch die 500.000 gern hätte für die nächste Sache, dass ich halt eben das Labor upgraden könnte. Das wäre ziemlich episch. Hier sehen wir aber wieder einen Bora, der, ach egal, scheiß auf den Bora, Junge, scheiß drauf. Ich habe eindeutig zu viele Gift Spills. 300.000 von beidem, das wäre es doch jetzt. Ich habe mich gerade noch mal ein bisschen mit dem Deezayax unterhalten. Der kann sein Glück auch kaum fassen mit Clash Royale, wie es da momentan bei ihm abgeht. Aber nichtsdestotrotz bleibe ich der Sache treu hier. CoC FTW, das ist doch geil. Das ist geil, da gehen wir schön außen rum. Das wollen wir haben, auf jeden Fall hier. So, das sollte reichen. Schade ist natürlich, ich habe den King jetzt noch nicht dabei, aber so ist das Leben. Jetzt gucken wir mal hier, dass wir eventuell hier so ein bisschen was verteilen können. Weil 20 Boogies, damit kann man schon ein bisschen was reißen, auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, dass die Queen, weil die kommt halt nicht einmal rum, weil die halt wirklich von ihrer Stärke halt noch nicht so der Knüller ist. Wie gesagt, im letzten Video hatte ich euch ja gezeigt, wie schnell sie dann doch down geht, wenn man einfach mal gegen eine Päcker antreten darf in der CB. Okay, dann ist natürlich ziemlich schnell Ende, aber nichtsdestotrotz heißt das einfach mal durchhalten und Gas geben. Yo, läuft, genau, so, jetzt da, naja, die Mine werde ich hier nicht bekommen, aber den Rest eventuell. Gucken wir mal hier, nicht, dass alle meine Heiler down gehen. Das wäre jetzt nicht so, oh, schön Magier bekommen, richtig geil, läuft, super geil. So, da haben wir auf jeden Fall noch was, was wir auf jeden Fall haben wollen. Mal gucken, wie sich hier meine Truppen anstellen. Ich will auf jeden Fall, dass hier ein, zwei Heiler überleben, äh, ein, zwei Heiler vor allen Dingen, ein, zwei Magier überleben, weil die halt richtig hardcore rasieren, auf jeden Fall. Das ist ziemlich geil. Okay, jo, läuft, 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 das rennt schon fast. Oh, jetzt, nein, du komm, ja, sehr gut, sehr gut, schön. Und jetzt hier halt wirklich, ich hoffe, dass das klappt. Oh, da könnte die, naja, komm, da gehen wir kein Risiko ein, nein, no risk, no fun ist hier definitiv das falsche Motto, das sag ich ja immer wieder. Jetzt ist der Magier down, schade. Oh, da kriegen wir sogar noch das Goldene, immerhin, immerhin. Dann gucken wir mal, ja, ach kommt Leute, dann gehen wir von hier aus noch ein bisschen rein. Dass wir hier eventuell noch ein bisschen aufräumen können. Hossa die Waldfee, ich will eigentlich nicht alle Heiler verballern, aber da komme ich wohl nicht drum rum. Die müssen wohl definitiv hier gesetzt werden. Nein, schade eigentlich, weil ich hätte dann gerne nochmal die Heiler für den nächsten Angriff verwendet, dass ich gleich nochmal einen rausgeballert hätte, aber was nicht ist, ist es nicht. Und das Dunkle hätte ich natürlich gerne gehabt, aber ich will ja, wie gesagt, das Elixier, dass ich da ein bisschen weiterkomme und dann passt das. So, genau, jetzt mache ich hier noch ein bisschen was Elixier, klar. Obwohl, das war ja eigentlich, nee, nee, dann ist das im Rathaus. Obwohl. Ja, die, und jetzt, das hätte ich halt mit der 28er Queen noch schön geschafft, da ist natürlich jetzt die Luft raus, da geht jetzt gar nichts mehr. Aber immerhin, ist doch ganz nett gewesen, passt. Ja, läuft. Kann man sich jetzt nicht so beklagen. So, jetzt gucken wir mal, wie es hier aussieht. Wipp, wipp. Was haben wir, 7, dann könnten wir noch einiges an Mauerbrechern vertragen. Dann hauen wir da noch 9 Stück raus. So, und wie gesagt, hier ist für mich halt wirklich auch mega wichtig, einfach zu zeigen, ja, es geht auch mit einer kleinen Queen. Weil ich, wie gesagt, diese Frage 20.000 Mal bekommen habe. Und da ist es für mich halt wirklich mega wichtig zu sagen, passt auf, ich als Queen Walker zeige, was halt wirklich mit der Queen ab wann machbar ist. Dann gucken wir mal, was Tom hier raushaut. Ist jetzt so von der Sache her auch nicht episch. Aber mal gucken, was er aus den Truppen rausholt. Das ist jetzt für mich interessant. Weil die Truppen halt doch, ich sage jetzt mal, nicht ganz normal barsch sind. Aber hätte nicht Not getan eigentlich. Ich meine, klar, du hast die Truppen so, klar. Aber ansonsten ist es halt wirklich so, das ist halt alle den Minen und Sammlern. Ganz ehrlich, ich hätte dann immer jeweils einfach zwei Riesen vorgeschickt und dann halt eben mit dem Rest der Bogies halt eben gekleert. So hätte ich das gemacht. Ich wäre gar nicht reingegangen. Genau. Jetzt holst du nämlich hier mit Luckies und Bogies das, was halt eben wirklich hier zu kriegen ist. Weil innen drin ist nichts. Wie gesagt, das ist Standard. Also das ist nichts Besonderes. Also ganz ehrlich, das ist okay. Aber mehr auch nicht. Hier, sowas. Sowas will man sehen. Das guckt man sich gerne an. Und wie gesagt, wenn man dann eine Trollbase hat, ja okay. Sowas gibt es halt eben auch. Wobei das hier echt schon richtig krank verteilt ist. Guckt euch das mal an. Hier haben wir drei der Goldlager. Die wirklich rappelzappelvoll sind. Haben wir hier. Bin ich mal richtig gespannt. Also ich wäre ja nicht von der Seite gekommen. Ich hätte ja wirklich erstmal die Seite klar gemacht. Hätte gesagt, so also Leute, das ist hier erstmal meins. Aber ansonsten halt wirklich mit ein paar Riesen vor und dann eben hinten rum gekleert. So, wie es beim anderen eben auch sicher ordentlich geklappt hätte. Und jetzt hier wirklich rein. Hier, hier, hier. Da muss er drin sitzen. Weil ansonsten, du hättest auch nicht die Truppen dafür, um hier jetzt einen dicken Max zu machen. Vollkommen richtig. Ganz genau. Riesen vorgeschickt. Easy going. Ich hätte nicht unbedingt den Rage genommen. Ich hätte ihn hier gedroppt. Aber das passt. Das ist nicht schlimm. Ein Mann frei. Und jetzt regelst du hier richtig hart. Auf jeden Fall. Verstehe ich auch absolut gar nicht, wie der Gegner das so machen konnte. Und jetzt hier noch mit zwei Riesen ran. Und dann noch ein paar Bogies ran. Und fertig ist das Ding. Aber ich denke mal, du würdest dich auch noch hier mit der Queen anlegen. Aber ersten auf jeden Fall würde ich hier. Ah, okay. Nee, hätte ich nicht gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wäre nicht erst von dort gegangen. Ich hätte halt wirklich gesagt, gut, okay, komm, hier das Gold ist unten safe. Das können wir ganz schnell wegbekommen. Aber gut, okay. Alleine schon, weil da halt noch die Queen zusätzlich war. Und von den Entfernungsgans zu schweigen. Aber läuft, passt. Hast ordentlich Loot geholt, auf jeden Fall. Und so ein Ding will man halt wirklich sehen. Das ist interessant. So soll das sein. Den haben wir gerade gesehen. Da hast du den zweimal gepostet. Auch nicht schlecht. Oder? Nee, dann war ich da jetzt gerade falsch. Dann haben wir da gerade. Dann waren wir da schon drauf. Ganz genau hier. Nice Loot auf jeden Fall. Die Möglichkeit halt wirklich auch wieder die Riesen fortzusetzen. Jeweils. Und hier richtig, richtig schön voll. Richtig schön voll. Warum? Okay, okay. Gut. Also ich hätte die jetzt weggelassen. Ich wäre jetzt einfach nur wirklich einzeln halt Riesen. Aber warum? Das ist alles in Minen und Sammlern drin. Hä? Wieso? Wieso? Verste... Okay. Ich frage nochmal kurz. Wieso? Also ich glaube, die meisten werden mir recht geben, sage ich jetzt mal. Warum durchgehen? Also warum durch die Base jetzt durchgehen? Man kann jeweils immer zwei Riesen setzen. Zack, 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 zack. Und dann halt eben mit den einzelnen Truppen halt schön aufräumen. Hier, weil hier geht dir jetzt mal... Genau, hier geht dir jetzt der Magier down. Du hast Glück. Du hast noch die Luckys. Die sehe ich noch ganz gut. Wenn du die gut playst, dann hast du hier noch zum Beispiel... Hättest du auch mit den Luckys machen können. Weil da wäre keine Air Defense gewesen. Alter Falter. Ich meine, du hast auch noch den King. Genau, hier jetzt mit den Luckys. Aber das hätte ich anders gemacht, echt. Okay. Schlussendlich hast du es geholt. Aber hat man halt wirklich gesehen. Es war halt wirklich alles in Minen und Sammlern. Da dann eventuell beim nächsten Mal einfach drüber nachdenken, ob man nicht einfach die Riesen jeweils zwei vorschickt und dann eben den Rest einfach zum Clearen verwendet. Ah, die Pekka ist zu früh. Sorry. Also ich will... Es soll kein Mekka-Video werden. Keine Sorge. Aber da wird mir garantiert jeder beipflichten. Hier hast du richtig... Ohne Witz jetzt. Hier hast du echt Schwein gehabt, dass die reingemarschiert sind. Weil das hätte nicht sein müssen. Die hätten auch draußen lang gehen können. Also hier hast du richtig Glück gehabt. Zumal du halt eben auch wirklich in den Lagern was drin hast. Und beziehungsweise der Gegner halt was drin hatte. Und da wäre es natürlich doof gewesen, wenn die dir außen rum marschiert wären auf jeden Fall. Genau, von der Seite nochmal schön mit den Lunes gekommen auf jeden Fall. Dass man da halt zeigen kann, okay Queen, du musst dich nicht so durchboxen da. Ja, das kriegen wir auch so hin. Ganz genau. Ein Mann frei. Gut geraged die Queen auf jeden Fall. Schöner 100%. Aber wie gesagt, war oben eine relativ knappe Kiste. Wie gesagt, die Base war jetzt nicht der Knüller. Von daher war das gar kein Thema. Da warst du definitiv stark genug dabei. Aber ansonsten wirklich noch warten. Also sprich, einfach ein bisschen warten, bis die Packers halt dann wirklich definitiv reingehen. Einser Drachen sieht man halt wirklich mega selten. Ganz klare Kiste. Schön, die Luftabwehr weggenommen und dann halt wirklich ganz easy hier die Situation unter Kontrolle gebracht. Ohne Probleme. Klar, wenn man jetzt überlegt, was die Drachen gekostet haben. Aber, was ich gut finde, nicht gleich einfach alle Drachen genommen, sondern wirklich, ey, das müsste passen. Läuft. Das ist schön. Das ist wirklich gut. Da kann man wirklich mal sagen, YOLO. Nee, also von daher passte das auf jeden Fall. Halt wirklich nicht zu krass Overkill. Klar, ein paar zu viel sind es schon noch. Aber ansonsten läuft das auf jeden Fall. Schön, dass die sich getrennt haben. Hier, zack, zack. Eine Partie nach unten, eine nach oben. Läuft. Sehr gut. Zack. 1,2 Millionen. Sehr geil. Und auch wieder alles draußen. Also, beziehungsweise nicht alles draußen, kann man nicht sagen. Aber hier, genau das ist das, was wir sehen wollen. Wir haben hier einen Riese vorne. Der wirklich richtig schön deft. Wir haben hier den nächsten Riesen. Schön, die Kobolde. Das ist geil. Darauf stehen wir. Und das wollen wir alle sehen. Und das ist eine optimale Ausnutzung von den Ressourcen, beziehungsweise von den Truppen. So macht man es. Und richtig, richtig gut gemacht. Extrem nice. Und dann halt wirklich noch eventuell von einer Variante, von einer Seite sozusagen. Jetzt, ich würde hier von der Seite kommen, sage ich jetzt mal. Weil der Puster geht in die Richtung, dass man sagt, von der Seite hier würde man nochmal kommen. Und einmal komplett durchgehen. Gucken wir mal, wie das hier geht. Ob das was wird. Weil genug Truppen hast du noch. Bin ich jetzt richtig gespannt. Ah, okay. Du gehst von dort. Okay. Jetzt bin ich. Ah, okay. Du willst halt den Puster erst nochmal weg. Außer Gefecht setzen. Und jetzt einmal komplett Hardcore-Gas. Ganz genau. Vollkommen richtig. Weil das, warum soll man das liegen lassen? Vollkommen richtig. Ganz genau. Von oben kommt. Super gemacht. Richtig, richtig guter Angriff. Schön gemacht. Auf jeden Fall. Super. Wie gesagt, das, der Rest war halt auch wirklich relativ gut. Relativ weit verteilt. Einwandfrei. Loot hast du auf jeden Fall verdient. Gut gemacht. Sehr gut gemacht, Larry. Gucken wir uns hier den nächsten noch an. Na, gebartscht. Aber natürlich vom, von der Menge her auch echt nice. Ganz klare Geschichte. Riesen noch in der CB gehabt. Das ist natürlich dann mega geil. Sprich, ich kann halt wirklich schön die Riesen verwenden. Dass die halt wirklich einmal durchmarschieren. Und richtig, richtig schön auf Null gesetzt. Auf jeden Fall. Zack. Läuft. Gut gemacht. Auf jeden Fall. Schokokuchen. Daniel will mal gucken. Was Daniel hier abliefert. Auch gebartscht. Machen wir mal schneller hier. Hier aber auch wieder. Es ist innen drin noch was drin. Das heißt also wirklich Minen und Sammler nicht nur. Sondern halt, man muss nach innen drin kommen, um alles wegzukriegen. Aber das wird nicht klappen. Von der Zeit her reicht das nicht. Aber trotzdem. Immerhin 600. Vollkommen okay. 550. Gucken wir mal. Ja, komm. Hauen wir den nochmal kurz raus hier. Und dann war es das auch. Also wie gesagt, einige, die nicht so der Knüller waren. Aber wiederum andere dafür richtig, richtig, richtig gut. Das ist echt schön. Na, die, die, hier, hier musst du aufpassen. Wirklich mit den Lakaien. Die darfst du nicht so auf einen Haufen setzen. Kommt eine Bombe und das Ding war es dann. Da hätte ich auch jetzt das Rathaus nicht kaputt gemacht. Ich, genau. Ich wäre, wenn, dann eher hierher gegangen. Und hätte mir die Truppen für den Rest hier noch komplett aufgehoben. Weil, es ist doch vollkommen egal, ob du da hier die, den, den, den Stern bekommst oder nicht. Das ist doch vollkommen Banane, wenn du gerade in Silber bist. Das tut dir nicht weh. Ich hoffe, ich konnte euch entertainen. Bis dann. Ciao, ciao.